Heute ist unser fünfter Tag in Salta. Wir haben jetzt beschlossen noch zwei Tage dran zu gehen, weil es ja eigentlich doch ganz schön ist und wir dann in drei Tagen den Bus nach San Pedro de Atacama nach Chile nehmen werden. Und jetzt müssen wir dann heute noch ein bisschen was organisieren. Wir haben jetzt gerade Bustickets gesucht am Bahnhof und müssen mal gucken, was wir dann hier in Salta noch machen. Wahrscheinlich machen wir hier noch so eine Tour. Wir haben hier schon zwei Touren gemacht nach Kachi und Cafariate. Das war eigentlich richtig cool. Und vielleicht gibt es hier noch so ein paar andere Angebote. Und nachher müssen wir dann auch gucken, noch ein anderes Hotel buchen, weil das, wo wir jetzt gerade sind, das gefällt uns nicht so wirklich. Wir hatten schon am Anfang ein anderes. Das war auch günstiger und ein bisschen besser. Da musste man dann aber raus, weil es ausgebucht war. Da hat man nämlich auch schon verlängert. Und das, was wir jetzt haben, ist teurer, aber auf jeden Fall noch ein bisschen schlechter. Mal gucken, ob wir an das erste wieder rein können. Und jetzt gleich gehen wir erstmal wieder zurück ins Hostel, denn es ist fast um 10 und dann beginnt hier nämlich die Bundesliga, die Hannes unbedingt gucken möchte. So, wir haben jetzt unser drittes Hotel gebucht. Leider nicht mal das erste. Das war nämlich schon ausgebucht. Und jetzt sitzen wir hier auf dem Platz. Wie heißt der? 9 Juli oder so. Plaza de Noventa Julio. Ne, Noventa ist 90. Achso. Wir haben jetzt beschlossen, die nächsten zwei Tage werden wir einfach mal noch ein bisschen in Salta rumgammeln. Keine Tour mehr machen, weil wir müssen ein bisschen den Geldbeutel schulen. Ja. Und heute gucken wir uns nochmal ein bisschen die Stadt an, vor allem die ganzen Kirchen, die hier so sind. Und Hannes ist ja so kirch und begeistert, deswegen gehen wir jetzt da überall mal rein. Bist du zufrieden mit Fußball, Hannes? Hm, teils teils. Scheiß hart vor Wasch gewonnen. Jetzt könnte ich nochmal eins. Wie heißt der? Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sitzen jetzt wieder auf der Bank ins Altar, in dem Park und anscheinend ist ja gerade Raupenzeit, denn überall von den Bäumen seilen sich ja komische Raupen ab, so... Komisch? Raupen? Naja, so orangene oder graue Raupen mit ganz viel Feld drumherum. Ja, und auf jeden Fall auf der Bank, auf der wir gerade sitzen, haben wir jetzt schon vier Wochen gezählt. In Salta ist gerade ganz schön viel los. Der örtliche Fußballklub ist nach 67 Jahren von der vierten in die dritte Liga aufgestiegen. Und jetzt geht's hier gerade zur Sache. Wir haben uns nämlich gerade mit einem Argentinier unterhalten über Google Translator und der ein bisschen erzielt. Ja, wir haben uns das dann erzählt. induction lat. spiel Untertitelung des ZDF, 2020